Der blonde Engel von Wien Der Fall Martha Marek Thallium, das erst nach der vorletzten Jahrhundertwende als Schädlingsbekämpfungsmittel populär wurde, also nicht auf die lange Tradition des Arseniks zurückblicken kann, kommt in Mordfällen häufig vor. Das Gift war in jeder Drogerie- oder Gemischtwarenhandlung in zwei Handelsformen erhältlich. Unter dem Firmennamen Celio als Paste, die zudem mit dem ebenfalls giftigen Schweinfurter Grün, einem Arsenfarbstoff, gefärbt war, und als Celio- oder Suoxkörner, mit Thallium versetzte, blau gekennzeichnete Weizenkörner. Eine Tube Celio-Paste enthielt bei einem Gesamtgewicht von 55 Gramm ungefähr 1,6 Gramm Thalliumsulfat, Das Doppelte der für einen Menschen tödlichen Dosis. Die Symptome einer Thalliumvergiftung beginnen schleichend. Zuerst tritt Verstopfung ein, die sich mit herkömmlichen Abführmitteln nicht beseitigen lässt. Nach einer Woche kommt es zu neuralgieähnlichen Schmerzen in den Extremitäten. Selbst sanfte Berührungen erzeugen in diesem Stadium unerträgliche Qualen. Später treten die diagnostisch-charakteristischen Schmerzen unter dem Brustbein und im Bauch auf, die auf Druck aber aufhören. Dazu stellen sich Schlaflosigkeit und starkes Durstgefühl ein. Die Vergifteten fühlen sich besonders unwohl, erwecken aber einen oft hysterischen oder hypochondrischen Eindruck. In der zweiten Woche kommen zu den neuralgischen Schmerzen Herzjagen und Pulssteigerungen. Die Reflexe verschwinden bis zur totalen Reflexlosigkeit der unteren Extremitäten. Die anfängliche Überempfindlichkeit wird durch völlige Unempfindlichkeit abgelöst. Die Haare fallen aus. Besonders kennzeichnend ist die sogenannte Spitzfußstellung als Folge der Lähmungserscheinungen. Die eigentliche Todesursache ist nach etwa zwei Wochen eine Lähmung des Nervus vagus. Auch bei einer überstandenen Talliumvergiftung, erst nach vier bis fünf Wochen kann der Patient als gerettet angesehen werden, bleiben Symptome wie Lähmungserscheinungen in den Füßen oder Sehstörungen zurück. In einem der bekanntesten österreichischen Kriminalfälle der Zwischenkriegszeit spielte Zeliopaste eine wichtige Rolle. Martha Marek ist ohne Zweifel Österreichs prominenteste Mörderin. Kaum eine Sammlung von Kriminalfällen, die nicht ihre Geschichte erzählt. Als einzige Österreicherin fand sie in der Encyclopedia of Murder von Colin Wilson und Patricia Pittman Aufnahme. Dabei sind es eigentlich zwei Fälle, die sie berühmt gemacht haben. Zuerst die Geschichte mit dem abgehackten Bein, später dann die Giftmordsserie. Geboren wurde sie als Martha Löwenstein 1897 in Wien. Ihre Familie war arm. Die materiellen Verhältnisse verschlechterten sich noch, als der Vater, ein Eisenbahnbeamter, nach Amerika auswanderte und dort spurlos verschwand, ohne, wie versprochen, seine Frau mit den beiden Töchtern nachkommen zu lassen. Martha war gerade zwölf Jahre alt, als sie in der Straßenbahn einen eleganten älteren Herrn kennenlernte, den wohlhabenden, 62 Jahre alten Textilgroßhändler Moritz Fritsch, der sich von da an nicht nur um Martha kümmerte, sondern auch ihre Familie großzügig unterstützte. Eine Verhaltensform älterer Herren zu kleinen Mädchen, die in Wien seit den biedermeierlichen Tagen des Fürsten Alois von Kaunitz Tradition hat. Zwei Jahre später, als Martha die juristisch gefährliche Grenze der Minderjährigkeit überschritten hatte, nahm sie der Kaufmann in sein Haus auf. Die Familie, vor allem die zwei erwachsenen Söhne, opponierten heftig. Sie konnten wohl eine Heirat verhindern, nicht aber, dass der reiche Liebhaber Martha fast sein gesamtes Vermögen überschrieb, dazu Schmuck, Kleidung, Pelze und eine luxuriös eingerichtete Mietvilla in Mödling. Die Übergabe war testamentarisch abgesichert. Martha soll gedroht haben, ihn wegen seines Verhältnisses zu ihr als Minderjährige anzuzeigen, sodass sie nach dem Tod von Moritz Fritsch Anfang August 1923 in mehr als komfortablen Verhältnissen leben konnte. Sie hörten eine Hörprobe aus der Reihe True Crime – Krimiwelten von Peter Hies und Christian Lunzer Gelesen von Klaus Fester Weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten zu diesem Hörbuch und dieser Hörbuchreihe mit wahren Fällen der Kriminalgeschichte sowie dem Verlagsprogramm von CC Live finden Sie im Internet unter www.truecrime.de bzw. www.krimiwelten.de sowie www.cclive.de Viel Spaß beim Stöbern und Hören!